so so hallo und willkommen zu Folge 8 von Battlefield 1 und ja ich hab doch einen Battlepack gekriegt, das ist aktualisiert, Leute, das könnt ihr wieder sehen, wenn ich hier Battlepacks öffne Pack Opening, ich mach heute ein Pack Opening, ey, was meine Hä? Jo, mein Battlepack ist weg Ja, das hat bei mir auch umgepackt, ich hatte auch eins und dann war es weg Ich guck gerade, ob ich irgendwas finde, was ich davor noch nicht hatte Ah, ja, das wurde einfach übersprungen gerade, Alex Ich hab noch einen Hellriegel, äh, den gekriegt Veteranen Kavallerist Der Erzherzog, junger, legendär Sieht schon fett aus, aber da muss ich halt, ich hab halt Sturmsoldaten noch gar nicht kurz gespielt Auf jeden Fall Amiens, die Map hatten wir auch noch nicht Oder Amiens, oder ach, das ist irgendwas Französisch, glaub ich, oder Belgisch, interessiert mich nicht Weil die Karte hatten wir, glaub ich, auch noch nicht, äh, hier In den Videos, die wir hier produzieren Transportmaster, du findest in der Nähe deines Hauptquartiers und bei eroberten Flaggen Die werden aber viel zu selten benutzt Ja Wobei ich die auch gar nicht so oft sehe, muss ich sagen Ich weiß halt, irgendwie Generell, ich weiß halt, ob das mit den Fahrzeugen überhaupt schon alles so richtig ist Eine Richtigkeit hat, weil Manchmal kommt mir so vor, als hätten die Gegner dauerhaft irgendwie neue Panzer Auf Vorrat und wir nicht Ja, das stimmt Deswegen keine Ahnung, was für Komponenten da wir zusammenspielen Dass das funktioniert, so wie es funktioniert Das ist halt so schöne Map, dieser Häuser-Kampf hier, den mag ich wirklich Ach stimmt, da die Map ist echt cool Und ich bin, glaub ich, in meinem Tod gespawnt, wobei Ich bin mitten in meinem Tod Der kommt mit der Trench Gun, Alter Ja, ich hatte auch erwischt Ich komm rein Mach zwei Kills Schrotfinde Ja Es lief am Anfang, lass uns den hinten einsteigen bei der bei F Ja, Mann Der ist geil, Mann Jawohl, jawohl, da mach ich mit Ich bin Fahrer, geil Das hier meine Lieblingswagen Ja, Mann Na, die Hupe, ja Das Gerät ist witzig David Bist du Versorger? Äh, ja Aber keine Reparatur? Nee, ich hab Muni-Ding dabei, aber ich kann Mal gucken, dass ich das auswähle Das brauchst du hier wirklich Ich hab das wirklich die ganze Zeit bei einem Spiel an dieses Fahrzeug gehabt, da vorne am Eingang Hab ihn erwischt, fein getroffen, 74, fahr mal dahin Ich fahr hin Ich fahr hin Ich fahr hin LOL LOL Ich hatte gerade kurz den Leg, sorry Fahr weiter Ich fahr hin Wo ist denn der kleine Buu, hä? Der ist wieder bei F reingefahren Daher reingelaufen Wahrscheinlich zu dem ich wieder eingenommen Aha 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 Die Kidd Da ist ein Leichtpanzer Gibt ihn Das ist kein Leichtpanzer Das ist kein Leichtpanzer Das ist ein stationärer Kanon Er hat sich getroffen, knall ihn ab Ist gleich down, ist down Da ist noch einer, siehst du ihn? Wo, wo, wo? Da vorne den Buschhochter mit dem Panzerbüchse Ja Wir sehen Ist da eben einer unserer Leute vorbeigelaufen gerade Ja Hab ihn Dann ist der nächste Reparatur Okay Panzerbüchse Panzerbüchse Bei mir wird aber irgendein anderes Gewehren gezeigt Das glaub ich auch noch ein bisschen buggy Alter, guck mal was bei C Alter 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 Da hinne gehts rund Ah ja, ich hab ja Munitionskissen und Mörser dabei Deswegen Hatte ich jetzt kein Dingen Kein Dingen Ausrüstkit Da hinne gehts ab Da hinne gehts richtig ab Da hinne gehts richtig ab Alter gehts da ab Alter gehts da ab Alter gehts da ab Du glaub ich mach hier grad die Kills, ne? Echt? Ja, Feind gedrückt Also ich hab insgesamt 640 Punkte gerade gekriegt Ein Kill war glaub ich dabei Oder zwei Und das nur vom Mörser Ich weiß nur, die Hocken dahin Du bist gar nicht da Ich dachte, ich kenne dich Oh Was ist hinten noch? Okay Und da kommt die Gaskanade rein Zurecht Und da kommt die Gaskanade rein Zurecht 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 Hat das verdient der Junge Wir haben Einsatzziel Werther Zurecht Ich bin am G, aber hier ist nichts hinter dem Rettung. Gegenüber! Was? Haus, Haus gegenüber! Arbeiten! Munition, gerade zu! Ich nehme gerade C ein. Ach du bist gar nicht mehr bei mir, warum sagst du dir das mal? Ich bin nur aus dem Fenster rausgesprungen. Ja, das kann ich schon sehen. Wurde bei mir der Schiekerne getötet. Hammerhart. Noch lebst du noch. Da kommt mein Wotan an Gefahren. Und au, er hat mich gesehen. Alter, hat er mich gesimmelt ey, leck mich am Arsch. Die Sandsäge hinter mir gerade blutzt, als wären sie Sandsäge und die waren einfach weg. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Ja. Ne? War der Sandsack wie so'n Sandsack? Alter. Gucken wir uns hier mal die schönen Häuser an. Wie man das noch Häuser nennen kann. Bist du hinter mir gerade? Du meinst bei mir? Ja. Was spielst du gerade? Speer. Lauf! Oh mein Gott, du Wahnsinniger! Bist du Mutti? Bitteschön. Aber hinten hoch. Hier hinten war jetzt hier einfach hoch. Ja. Zickzack laufen. Die Tür rein rein, wo gar keiner ist. Schack das. Wie heißt die Waffe? Was denn? Dieses allererste Sniper, bloß von Lawrence von Arabien. Das ohne Visier. Ah, okay. Junge, wo fällst du hin? Ich wollte nur C einnehmen. Hinter dir. Ach, du bist ja Speer. Ja? Ja, geh einfach weiter. Verpiss dich einfach. Na, da ist er! Ja! Bist du weggekommen? Ja. Okay. Äh, hm. Was machen wir nun? Verzweifeln? Dann verzweifel du, ich bin kurz mal bei F und unseren Kollegen helfen. Da sind schon ein paar... Da sind noch ein paar von unserem... Oh nein, das ist... Oh, bin ich blöd. Alter, sah das dumm aus. Hier, ich hab mein... Ich hab mein Dynamit ausgepackt, aber nur den Zünder und drück da drauf rum. Weil ich dachte... Weil ich einfach... Ich hatte einfach Tränen, dass ich irgendwas nützliches machen kann. Also sprich Muni oder... Oder... Nebengeben. Ich hab das Dynamit ausgepackt, nur den Zünder und drück drauf. An mir fährt grad so ein wahnsinniger Riesenpanzer vorbei. Ich hab Schiss wie Sau. Ich bin schon in der Ecke, wo ich nicht rauskomme. Mama! Wo bist du denn? Äh... Okay, ich mach was ganz Wahnsinniges. Ich mach was ganz Wahnsinniges. Ich fleck dich zusammen. Lebst du noch? Jaja, ich lebe immer noch. Lass mich deine Wunden versorgen! Ah, du bist Maddy, nice. Ja, ich hab eben beide unsere Jungs wiederbelebt hier. Ich will jetzt bei der anderen Klasse als Versorger spielen. Bin hinter dir. Ja. Du weißt, was anderes als Sunny, oder was? Ja, ja. Ich verwechsel bei Sunny und versorge auch immer. Um Namen her. Deswegen bin ich jetzt mal Speyer. Hier ist ja fast kein Krieg mehr. Äh, wie gesagt. Okay, die wissen, dass wir hinter denen sind. Ich hab schön lautstark Preis gegeben, wo wir sind. Ach, E1 zu nehmen ist so ekelhaft. Wir machen 1s Hälfte! Ich hab ja noch einen DINEN-KIT hin, so ein Lebens-Kit. Und einfach mal diese verkorkste Gasse hier beobachten. Wie gesagt, Speyer macht eigentlich Spaß. Wenn ich das mache. Mammens Scharpschutz gewerbt für Distanz treff ich nichts. Truppheilung ist sehr klein, Dickpunkte sammeln, E ist gleich eingenommen, dann kommen wir weiter zu FGN, wenn ihr wollt, also wenn du willst. Dann rede ich mit denen, die ähnlich auf unserer Seite sind, oder was heißt, äh auf unserer Seite schon, aber nicht hier kommunikativen Bereich empfänglich, um es mal zu was zu drücken. Aber unser ganzer Trupp folgt hier gerade. Dann sind die entweder wahnsinnig, oder? Brandgranate, wir tot. Kannst du? Ich bin nur in eine Sackgasse reingerannt, ne? Achso, doch keine Sackgasse, uff. Ok, Leute, ich habe uns quasi in den Tod geführt, aber ich finde es gut, dass ihr mich da nicht mal so übel habt, drangenommen, weil ganz ehrlich, ich hätte nicht ganz... Gut, hier haben wir auch nichts gesagt. Ja. Ja. Gleich im Chat. Dude, Matthias! Ich hab uns den Rücken gedeckt. Sieht ganz gut aus. Ich decke unsere Füße, wenn du den Rücken nimmst. Sehr gut. Von hier oben können wir F auch einnehmen. Okay, interessant. Ja. Ich hör ein Feuerzeug. Ein Feuerzeug? Ein Fahrzeug, ein Feuerzeug. Ich hör was dickes. Kannst du mal gucken, was da ist? Da ist ein Wotan. Ich seh es jetzt schon. Ich hör es. Das ist der Schießdorf. Lauf! Oh, wir sind keine Tür. Fenster, lasst mich rein. Hier wird der Kroner bauen. Ich bin... Mich hat weg geschmettert. Ich bin weggekommen. Alter, was ist ein Käse? Ich bin der... Fahrzeug, Fahrzeug. So, Wotan anpassen. So, nicht Optik, Paket. Wie heißt es? Schwerer Durchbruchpanzer, gell? Ja. Ach, ich hab nicht genug Kriegsanleihen. Fick doch die Hände. Egal, ich hab einen Wotan. So, dann beginnt der Spaß ja mit Mephisto-Optik. Die hat aber jeder, glaub ich. Den dürfte jeder haben. Da, 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 da. Bingo! Ah, da habe ich uns gesehen, ey. Da bist du. Boah, die Jungs! Guss. Wir sind 카메라-rü Like. Wir sind die milden Jungen! Ich bin auch mit dir im Panzer! Das Ding heucht ja voll. Nice! Was? Seid ihr wahnsinnig? Seid ihr lebensmüde? Da ist einer mit Retй... Wie's da abgeht. Bappbappbappappbappbappbappbappbapp! Wotan! Gegenüber! Oh, ich sehe ihn. Auf der Brücke! Ist weggekommen. Den treffen wir nochmal. Ich schwöre euch da. Oh, ich krieg ja 1500 Punkte und... So, Jungs. Ach, dort irgendwo links von uns kommt wahrscheinlich aus der Gas und Wotan. Da ist er. Hab den ersten Treffer gemacht. Werde aber von hinten abgeschossen. Oh, hier raus. Für tot. Und ich trottel. Hab diesen verkackten Karabiner, weil ich im Wotan hock. Aber hab nicht drauf geschalten, dass ich kein... Also ich hab ja kein Dauerfeuer mit dem Kackgerät. Ich stehe da und drück einen Schuss. Und die sind genau neben mir. Ich hätte einfach irgendwas anderes auspacken können. Und nach zwei Sekunden wird mir ein... Ah, ich kann Oberschießen. So, ich join jetzt gerade wieder. Also ich hoffe, dass es ist derselbe Server. Ich glaub schon. Das ist ein feindlicher Wotan. Das ist mal geflogen. Diese Schreie. Ich weiß nicht, aber ich muss sagen, bei Battlefield 1 kam das Feeling vom... Also, dass du wirklich Angst vor einem Panzer hast, ist viel extremer als bei Battlefield 4. Battlefield 4 ist mir egal, hol ich die Law raus. Oder irgendeinen anderen Raketenwerfer. Ja. Aber hier? Da musst du ja nah ran. Ja. Außer du hast ne Panzerbüchse dabei. Aber die wird ja eh nur benutzt, um auf Leute zu schießen anstatt auf Panzer. Da musst du ja deine Panzerabwehrkanaden schmeißen oder sonst was. Aber die benutzen sie doch auch nur für Menschen. Stimmt. Ich schwör's, Digga. Wenn ich irgendwann mal in Team Deathmatch spielen sollte und irgendein Clown hat eine Panzerbüchse dabei. Ganz ehrlich, ich fordere den auf, mit uns auf den Test zu kommen und dann reden wir. Oh, geil! Oh, nice! Ihr wird eingenommen. Also, ich bin jetzt wieder da. Ich hab jetzt halt bestätigt den Müll. Fängt euch doch ins Knie hier. Stirb. Ach, Vassager. Also, ich bin der Vassager hier. Äh, anpassen. Ich wollte doch noch irgendwas machen. Irgendwas wollte ich doch noch machen. Ach, Jo, ich weiß es wieder. Ich wollte ja die Bar Sturm mal kaufen. Zack. Ach ja, genau. So. Dann haben wir sie mal dabei. Hab ich für die eigentlich ne Tarnung? Ich hab noch gar keine Tarnung. Das ist ein Schämen für. Gucken wir mal, ob die mir zusagt. Oh, hey! Ein Panzer. Nimm mal mit. Oh, Kossenwürt! Brechreiz! Die Bar Sturm ist geil, gell? Äh, keine Ahnung. Ich hab grad einen Gegner aus dem Wotan zerlegt. Mit einem Wotan. Mit einem Wotan. Mit einem Wotan. Kann Wotan, der Wotan. Ich bin bei dir. Okay. Kollegen, bitte. Ich war neu. Ich fahr schon ab oben. Beide. Nachleck mich. Oh, ich hab ein Service da erhalten. Ich will nicht umfahren, mein Freund. Oder ich balle nicht einfach weg. Ach, ihr Schmachtel. Ach, ihr Schmachtel. Ich, ich. Auf zu B mit der Sturm Artillerie. Du, 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 du. Uah. Boin, Jungs! Wir sind. Keine Artillerie. Ich muss nur, dass deine drin ist. Ich reparier mal. Das ist eine gute Idee. Du kommst irgendwie sehr spät drauf. Ich muss schnell ins. Siehst du? Da! Diese verknackten englischen Fahne sehe ich nichts. Fick das Ding doch mal ab. Das machen wir doch gerade. Was denkst du, warum wir hier sind? Oh, wieder Kriegsanleihen. Hast du halt Level-Up bekommen? Mhm. Lol, was werden wir jetzt hier spielen? Ich hab zwei Level-Ups gehabt und ich doch keine Ahnung. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Ich hab noch ein Fahrzeug. Das ist ein leichter Panzer. Von dem Gegner oder von uns? Von uns. Links neben uns. So, Jungs. Würden wir hier das... Würden wir hier mal... Ein bisschen... Ach. Was ist das? Ja, eine schwere Truppe. Aber wer ist wohl schwerer? Der Wotan oder... Der Klau mit dem Raketen? Äh, Raketen. Wir haben Einsatzziel David verloren. Lad doch mal nach, du Kackteil du. Ach, darfst du's drehen? Ne, doch nicht. Das find ich auch schön, dass du mit einem schweren Geschütz vom Panzer gescheitig viel Schuss hast. Dass du erst so fünf Schuss hast, dann musst du erst wieder nachladen, weißt du? Ja. Jetzt ist mir geschmeidig D eingenommen. Den hätten seh ich. Jetzt wird hier mal ein bisschen... Da hinten ist ein leichter Panzer, der zum leichten Panzer, äh... Ups. Unmodelliert werden will. Den Peller direkt ballern, der geht mal um den Geist. So, Freunde, was ist los? Was ist los, King Shash-Leg, alles fit? King Shash! Das Ziel Cäsar erobern. Harschgeschütztes Down. Also das weg, oder was, ja? Falk schon mal nicht getroffen, scheiße. Der kriegt's uns gleich. Der kriegt uns nicht. 15 HP. Okay, steigt aus. Da ist noch ein Wotan! Was? Gegnerischer. Ja. Das quält mir jetzt aber nicht. Dann habe ich... Auf einmal steht einer hinter mir, weißt du? Ich muss gerade Leben regenerieren. Das war's mit unserer... Mit unserer Offensive. Aber es war doch... Alles gratis. Ich bin im Landkreuzer. In der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldatenkit verfügbar. Mein Wachsoldatenkit. Nein, der Gegner hat es genommen. Fickt euch ins Knie. Wenn du tot bist, wie gesagt, haben wir Landkreuzer. Das wird gleich passieren. Auch wenn der Automatiker recht schlecht geschossen hat. Fährst du, oder was? Ja. Okay, alles klar. Landkreuzer. Wir wenden die Schlacht doch. Wir sind auf der Hauptsache C. Darf nicht eingenommen werden. Ich spiele gleich mit dir, gell? Gut. Das war genau... Jetzt. Lassen wir mal hier gucken. Okay, wir kriegen von der anderen Seite auf die Gosh. Ja, da haben wir leider doch keinen Schützen drin. Ich kann doch einfach wechseln. Ich bin so ein bisschen... Das kommt einem so eng vor, wenn man da so in einem Zeitenschutz drin sitzt. Ich wechsel mal kurz. Hallo! Da war einer. Alter, da ist noch einer. Hallo? Oh, sorry, ein Stück. Hier, oder? Ah, da ist er. Oh, noch einer. Oh, noch einer. Okay, wir haben vorbesitzende Panzer. Ich fahr weiter. Alles cool, wir haben gerade... Das hält gut an Nachladen. Mal kurz. Das heißt, wenn du kannst, am besten... ein bisschen knattern. Wir sollten aber auch gleich abbauen. Noch halb. Ich muss kurz nachladen. Kriegst du den gerade? Einmal weiter... Einmal weiter... Einmal weiter... Ich kann doch nicht hinter uns gucken. Ich kann doch nicht hinter uns gucken. Geh raus! Ach du, da ist einer. Da ist ein Lechpotzer! Ich muss einfach ins Haus rein. Ich bin halt dieser Gammel bin tot. Hab ich ihn aber auch. Oh, der Sturm! Ich glaub, die ist gut. Das Visier ist gut, gell? Ne, das ist so ein bisschen anders, kann das sein. Hier! Alter, kam da was rein! Vier Leute! Leckt mich im Arsch! Aber... Das Kriegstück ist auf unserer Seite. Zumindest im Moment. Im Moment, ja. Guck mal, hier! Hier sind doch wirklich... Das sind immer 32 gegen 32. Weil manchmal ist es so, da kommt es einem so vor, als wäre die Hälfte im Menü und weiß nicht, was es auswählen soll. Weißt du, was ich meine? Jetzt eier doch mal hier raus, Kollege! Ach, fuck! Ich hab bloß auf eine rote Markierung geschossen. Jetzt wird mir klar, dass das ein Wotan ist und fast sicher. Und dann schnell ein K-Geschuss reinklatschen. Ich muss sagen, Mörser ist auf der Karte eine Zubaube. Ach, das ist ein Artilleriewagen, kein Wotan. Dahin, ne? Ja, 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 ich seh's. Doch, drei K-Geschussen. Okay. Bei Niederhaltungshilber, also ich glaub, da hat er sogar einen Frontgriff. Ja. Oh, ja, die gefällt mir, die Sturmausgabe. Ja, der Teleskop ist unnötig, Alter. Ist, glaub ich, wirklich der Fall, ja. Und genau für die hatte ich einen Legitärverspiel. Für die Bar, oder was? Ja, für die Bar-Teleskop. Ich glaub, du kriegst für alle Bars dann... Nee, die war nur für die Teleskop. Nicht? Dann würdest du nicht dabei stehen. Steht ja auch immer dabei für Werk oder so. Ja, das steht zwar dabei, aber das ist, glaub ich, echt egal. Oh, da hat mich grad ein Luftdiversionsmaßor weggelegt. Ja, ich bin, ich bin, ich bin ja, ich kann nicht. Schon okay. Ich brenne! Ich hab Panzer! Ich bin tot. Ich wohl einen Wotan, ja. Hast du einen? Ja, ich hab aber zehn Kriegsanlein zu wenig, um deine dicken Dinge zu holen. Steig ein! Da bin ich! Ach ja, mit der Mephisto-Tarnung. Also, Tarnung. Kriegsbemalung. Ich hab halt wenig Wof, bei 6000 Punkte. Geht eigentlich dafür, dass ich rausgeflogen bin? Ja. Ach, ihr wollt's hernehmen, Freunde? Oh, mit dem Artilleriewagen, oder was? Ich treff erstmal nicht. Ich will diese Kacken schicken. Warte, warum drückt der so einen Schaden? Wolltest du das mal erklären? Was ein verdammter Artilleriewagen ist! Ich bin hier oben und schieß grad nur mit Karte geschossen auf den Tän, ja? Wie du das? Ehrlich? Nein, der lebt noch! Karte, hör raus! Wir haben Einsatzstil Caesar verloren. Abhählen. Hä, wie hab ich grad was... Boah, geile liegt in MG! Hä, wie hab ich grad was mit der Schildgranate getötet? Versteh ich grad gar nicht, hä? Boah, krass, der liegt einfach in MG15 rum! Schildgranate? Weih? Ich versteh's grad nicht. Da oben hast du ja gar nicht geworfen. Ja doch, aber vorhin. Also das ist schon lange her. Also ich schieß die ganze Zeit so mit so... Ich schieß die ganze Zeit mit diesem Spezialkarabinergewehr. Ich schieß die ganze Zeit auf einen dahinten und denkst du, den töte ich grad. Ich schieß die ganze Zeit auf einen dahinten und denkst du, den töte ich grad. Ich schieß die ganze Zeit mit der Stielgranate. Hä? Ach guck mal, ich hab ja sogar so ein Gerät hier. Ich hab ja Panzerabwehrgranaten. Zeig, geil. Ohhhh, MP18, Mann. Genau dann, wenn ich mal... Uiuiui. Genau dann, wenn ich mal hier. Also wenn ich da mal hier. Genau dann. Genau dann, dann, dann. Dann ist das so. Richtig. Unser A wird eingenommen. Ohne A kriegen wir keine Panzer mehr. Verteidigen. Ich bin grad zu C, weil das auch eingenommen wird. Ach guck mal, doch die Gorscht. Die läuft halt zu A, was soll's. Ja, wobei, die Runde ist eh gleich rum. Ja. Ist glaub ich, egal wo ich hinlaufe. Ja, die Runde ist rum. Wir haben gewonnen. Hey, ist das zu fassen. Aber ich muss sagen, die Runde war recht okay. Ich bin da rausgeflogen, aber dennoch 7000 Punkte gemacht. Ich wurde befördert. Kann man mal lassen. Gut, ich würde sagen, wir sind in der nächsten Runde. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.